Ich war im Auslandsstudium. Ja, genau. Ja, ich habe genau das Gegenteil gemacht im Praktikum, deswegen glaube ich, dass wir hier auch unterschiedliche Sachen erzählen könnten. Mein Auslandssemester war in Chile. Ja, habe ich hier über die Uni, über das Akademische Auslandsamt, habe ich den Studienplatz bekommen und war dann in Santiago für ein halbes Jahr, was eine super Erfahrung war. Ich konnte dort auf Englisch und Spanisch studieren, also ich konnte zwei Sprimmsprachen quasi noch ausbauen und lernen und hatte eine super Zeit dort. Und ich war im Praktikum, also genau quasi gegenteilig. Ich war in Malaysia, in Asien unterwegs. Super interessant. Es hat schon auch viel gebracht, mal ein bisschen interkulturell kennenzulernen, weil andere Kulturen einfach anders miteinander umgehen, auch im Business-Kontext, als wir Deutschen das jetzt machen würden. Also ich bin da direkt erstmal voll auf die Nase geflogen, als ich gesagt habe, hey, Deadline ist folgendes, kam in Asien jetzt nicht so gut an, wie es jetzt in Deutschland irgendwie wahrgenommen worden wäre. Von dem her muss ich sagen, wirklich coole Zeit, viele Erfahrungen, die uns auch extrem viel weitergedacht haben. Ja.